Leipzig, Stötteritz, Sommerfelder Straße 36. Eigentlich sollten hier am Dienstag 56 Asylbewerber einziehen. Die Stadt war froh, den in einer Chemnitzer Erstaufnahmeeinrichtung gestrandeten eine Unterkunft zur Verfügung stellen zu können. Doch daraus wird vorerst nichts. In der Nacht zum Mittwoch warf ein Unbekannte einen Brandsatz durch ein Fenster des Gebäudes. Zeugen bemerkten das Feuer schnell, sodass die Feuerwehr Schlimmeres verhindern konnte. Lediglich eine Matratze geriet in Brand. Jetzt sucht die Polizei nach einem etwa 1,70 großen Mann, der vermummt gewesen sein soll. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Die Stadt sucht unterdessen dringend nach einer neuen Unterkunft für die Asylbewerber. Aber auch am Sportforum bleibt die Lage angespannt. Die Grubehalle ist mit 420 Personen voll belegt. Bis zum Wochenende sollen nun weitere Flüchtlinge dazukommen, die bisher in der HTWK-Sporthalle untergebracht waren. Für die Johanniter, die die Unterkunft betreiben, eine weitere große Herausforderung. Wir haben natürlich Verständnis für die Situation und die Not, in der diejenigen, die das zu organisieren haben und die die Flüchtlinge dort verteilen, auch sind. Wir müssen natürlich auch hier an die Situation denken und stellen jetzt zurzeit alles sicher, dass also auch künftig hier die Abläufe geordnet zugehen und hoffen, dass es eine vorübergehende Situation ist, dass wir jetzt hier noch weitere aufnehmen, die möglicherweise unsere Kapazität leicht überschreiten. Damit die Situation weiterhin erträglich bleibt, werden in den nächsten Wochen voraussichtlich weitere Toiletten und Duschcontainer aufgestellt. Doch wie lange müssen die Flüchtlinge eigentlich dort ausharren? Wieland Keller glaubt jedenfalls nicht daran, dass in der Grubehalle schnell wieder Normalität einkehrt. Die Halle ist natürlich vom Menschlichen her gesehen, wenn man sich vorstellt, man müsste selbst dort unterkommen, ist natürlich schon extreme Bedingungen, die man sich nur schwer vorstellen möchte für sich selbst. Deswegen ist natürlich ein sehr kurzer Verbleib jedes einzelnen wünschenswert. Aber wenn man jetzt Nachrichten sieht, einfach das, was allgemein so die Tage ständig diskutiert wird, kann man sich vorstellen, dass es auch für alle beteiligten Behörden nicht so einfach sein wird, so schnell alle wieder umzuverteilen. Und demzufolge gehe ich persönlich schon davon aus, dass es sich um einen Zeitraum handelt, der länger ist, als das, was man sich wünschen würde zumindest. Doch selbst in einer festen Unterkunft wie in der Friederikenstraße kann keiner garantieren, dass alles glatt läuft. Hier gingen am Dienstagabend 50 syrische und 40 marokkanische Asylbewerber aufeinander los. Die Polizei musste die Streithähne trennen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der Grund für die Massenschlägerei ist noch unklar.